Wie ging das nochmal? Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall hört man das Schritte. Und damit bewegt sich dieses Ding. Ach ja, stimmt, ich weiß wieder. So, ich mach das jetzt einfach, wenn es in der Mitte ist. Ja, schieß, Junge! Ja, das war ja fast richtig. Ist ja kaum aufgefallen, mein Attentat. Nochmal. Ach, schade, dass ihr das Geräusch gerade nicht gehört habt. So war das ungefähr. Und wir laden uns auf. Japp, 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 mega Afro-Frisur. Ach, Afro, Quatsch. Und Afro ist ein bisschen was anderes. So, minimal. So! Jetzt müssen wir uns nur noch aufs Gesicht geben lassen von den Typen da unten, denen dann die, ähm, Klöten massakrieren. Und dann sind wir wieder bei der Teufelsstelle. Die uns jedes Mal, jedes Mal, wirklich jedes Mal, so, hm, was passiert, wenn wir in den Raum wechseln? Oh, boah, oh, wir kriegen voll eins ins Gesicht. Okay. Hallo, Matrose. Ich hab einen Matrosenanzug an. Für mich ist das der Matrose. Naja, jedenfalls sieht das ein bisschen so aus. Ah! Ah, Matrix! Ah! Nein. Okay, gut. So. Und jetzt darf ich mich nicht wieder verarschen lassen. Ab wann darf ich schießen? Okay. Oh, wie knapp. Oh Gott. Das hat ja fast geklappt, Leute, würde ich sagen, oder? Das ist dasselbe Passwort. Oh Gott. Ich geh jetzt oben lang. Nicht, weil mir das irgendwie geflügt wird. Was? Irgendwie wurde ich grad ausgelacht und ich weiß nicht warum. Egal. Okay. Stirb, Junge. Danke. So, jetzt bleiben wir hier oben. Verfolg uns! Oh mein Gott, nein. Wir können ihn auf gar keinen Fall einholen. Schade. Ich hätte einfach mal schießen sollen. Vielleicht hätte er das geklappt. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber... Oi. Hier fällt er aber auf denselben Trick rein. Haha! Okay. Und wenn ich reinspringe... Oh, das war ein... Ha! Jetzt hab ich's. Das war noch ein durchschlagendes Argument. Nicht wahr? Okay. Der war nicht so schlecht. Der war nicht so schlecht. Ich entscheide hier was Schlechtes. Okay. So. Warum? Was zum... Fiel mich nass. Oh nein. Egal. Wird schon nicht so wichtig sein. Ich weiß, es ist wichtig. Ist mir egal. Na los. Frisch die Weapon auf. Ich würde gerne mal eine Schussanzeige oder sowas sehen, weil... Ich sehe ja nicht, wie viel Munition ich noch hab. Nicht, dass ich das nötig hätte. Ja. Da ging schon mal der nächste Schuss daneben. Mh, 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 mh. Lalalalalalalalalalalalalala. Ho, 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 ho. Okay. Okay. Wollen wir uns wieder mal aufs Gesicht geben lassen. Bums. Da haut der mir voll ein über. Ekelhafter. Zack. Ja. Das halte ich von dir, Kumpel. Bum, 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 bum. Wie von hinten. Was? Von wo? Äh, was? Ist das der Typ, den ich nicht... Ach nee, Moment. Da war ja noch einer. Das stimmt. Stimmt, ja. Oh. Oh. Doch, das ist jetzt schlecht. Ich warte einfach, bis dein Schild... Ja. Aber warte, er kommt immer näher. Irgendwann ist er weg. Und was macht ihr heute so? Also, ich warte darauf, bis ich trinke jetzt ein bisschen was. Boah. Ich komme einfach von hinten. Denn das mache ich... Nein, 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 nein. Den Witz lasse ich jetzt mal. So. Wir gehen, ähm, unten lang. Oh, wie schön, dass wir überhaupt keinen Umweg... Hallo, Oskar. Na, immer noch dabei? Ja, was auch mal du da machst. Dieses Spiel vermittelt Werte. Hui! So. Run, Forrest, run. So, das ist der Typ, der hier... Wetten, der lauert jetzt auf mich. Ach ja. Oh. Hi. Ich bin nicht hier. Gut, dass du mich nicht siehst. Hallo? Tschüss Hallo Na? Oh mein Gott, ich hab mich jetzt bestimmt voll überrascht, weil das überhaupt nicht zu erwarten war Geile Musik So haut der mir jetzt viel ans Gesicht Also das hatten wir schon im Rat, ne? So, was mach ich jetzt? Ich versuch's so Ich hoffe, es stört dich, weil der Tisch irgendwann ein Loch hat Nein Gut, das wird er nämlich gleich Och Mann So, ich will nicht wissen, was Australien macht, deswegen hau ich direkt ab Tschüss Okay Oh, das war knapp Bam, 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 schnell Zack, 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 zack Okay So Gut, dass du so schnell schießt, Willi Okay, wir versuchen uns halt einfach mal abzukürzen hier Zack Hey 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 Komm, ich will nicht wieder auslachen dürfen Hm, warum kommt das zurück? Ich, äh, okay Schade, ich war nicht schnell genug für meinen Armament Zack Bums Schönes Spiel Das ist so ein schönes Spiel Das ist so ein wunderschönes Spiel So, jetzt verarsche ich den Tüten mal wieder Warum hängen die da eigentlich grüne Weihnachtskugeln auf? Okay Okay So, und wieder aufladen Wunderbar Wunderbar Wie ging nochmal der Indiana Jones zu ihm? Ich benutze ihn doch so gern, wenn ich irgendwo lang renne Aber Rat verfolgt mich nicht, das ist irgendwie öde Hallo, Oskar Nein, schnell weg hier, Oskar Nein Tu's nicht Okay, er hat's getan Ach Gott Krankes Spiel Und runter da Schön Ah, ja Bums Diesen Ort kenn ich noch gar nicht Oh mein Gott Sind wir jetzt schon mal gewesen? Mancher fängt die Musik an, mancher hört's auf und mancher ist da da, mancher ist ja nicht da, dann ist er wieder da. So, ein Checkpoint hier an dieser Stelle würde mir vollkommen ausreichen. Das wäre so großzügig. Schieß doch! Oh, was machst du? Ich, wie so rennst du, Junge? Nur weil das Zufall, der auf demselben Knopf liegt. Schön, wenn man nicht vorankommt. Dieses Bild der Zerstörung. Leise, leise, leise. Bums! Halt mir nicht deine eckhafte Fresse in... So, stirb, 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 schieß doch! Nein, das ist zu schnell, schade, das geht nicht. Hättet ihr klappen können! Okay. Next round, Baby. Hallo! Irgendwie kommt das zurück. Hm, ich sollte ausweichen. Naja, ich geh dann mal... Ah, zu spät. Okay. Ja, die Dinger sind nicht besonders klug. Sag ich, der nicht weiterkommt. Egal. Ähm. Das hat nix damit zu tun. Denn das Spiel ist sehr anspruchsvoll. Und gar kein bisschen unfair. Ja, und da gibt's ernsthaft Leute, die dich darüber beschweren, ich würde unfaire Schlösser bauen. Naja. Egal. Okay. Immerhin konnte man im Schloss manchmal speichern. Das muss jetzt nicht jeder verstehen. Ist auch egal. Es geht hier um Out of this World. Einer der schönsten Spiele der... 90er? Ja, super, Nintendo. Wird 90er sein. Ja. Wobei, es gibt's ja auch fürs Amiga. Aber es ist mir sowas von egal, wofür es dieses Drecksspiel, dieses wunderschöne Spiel gibt. Ich darf es nicht schlecht finden. Ich find's ja eigentlich auch nicht schlecht. Ich find's nur ein bisschen so unfair. Nein! Tu's nicht, Oskar! Ach Gott. Das ist keine Lösung. Ich weiß, du bist einsam, Junge. Aber... Warte auf... Nein, warte nicht auf mich. Mach doch weiter. Schon okay. Okay. zu erregen, damit die uns auch ja sehen. Oh, guck mal da! Da ist etwas, wo wir für Krach machen können, damit die gegen uns sehen. Ja, aber nutzen wir das doch! Okay! So, und jetzt geht's hier nicht einfach rennen, sondern einfach nur schießen, okay? Willi, tu's mir dir gefallen. Bums! Ja, warum nicht gleich so, alter Junge? So, und jetzt muss ich echt überlegen. Zu früh. Sehe ich doch jetzt schon. Hä? Oh, Mann! Das ist unfair! Es lagt vor allem. Es ist nicht flüssig, wenn tausend Millionen Grafiken auf dem scheiß Bildschirm sind. Ja, ich hab's vergessen, ich weiß. Schieß mir nicht in den Nacken. Der kann nicht mehr da hochrennen, wenn er verfolgt wird. Ey, Mann! Sind wir in einem Horrorfilm, oder was? Oder hält dauernd? Dauernd. Egal. Nein. Ja, stimmt. Lauf, schieß, spring. Ist das ein wunderschönes Spiel, oder das ist ein wunderschönes Spiel? Immerhin gibt's jetzt einen Checkpoint. Stellt nur mal rein hypothetisch. Stellt euch mal vor, ich hätte da unten den ganzen Scheiß immer noch mal machen müssen. Was glaubt ihr, wie schnell dieser Laptop hier in der Küche an die Wand geflogen wäre? Wieso hat er in der Küche? Egal. Den hätte ich zwar ineinander setzen müssen, aber das wär's mir wert gewesen. Zack. Schön. So. Bam, 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 bam. So. Dann tust du es, was wir tun haben. Yeah. Okay. Ich kann mich da nicht mehr drüber freuen mittlerweile, über diese tollen Zauber. Hallo! Danke. Okay. Einmal Ufflade, bitte. Danke, ach so, Ufflade. Okay, ja, und tschüss. Bis denn, ey. So, wie mach ich diese Scheiße? Ich würde am liebsten vor genau eben dieser Stelle einen Safestart setzen. Ein Safestart, ah, das war noch nicht mal Abpflicht. Egal. Hi, Safestart. Einen Safestart setzen, weil ich diese Stelle irgendwie abartig finde. So, und jetzt...